und ich gehe mal gucken ob ich ich finde im kalten wusser da ist ein galodon hier sind raptoren wo bei uns wo ist man flieger ist man betrunken Okay. Wenn man noch nicht die Arme muss Ich glaube, wir brauchen noch mal gleich Levelst du gerade? Ja, weil wir kriegen gleich Besuch Willst du den betäuben oder? Die Raptoren, auf jeden Fall betäuben Oder den Vogel? Nein Nein Pfeiler wechseln Nein, aber es gibt Raptoren Ich glaube, ich habe Raptoren gekriegt Linke Seite am Tor Ich sehe es Nein, direkt am Tor Alles klar, ich baue dann schon mal noch mal ein paar von den Stein-Dingern da Stein-Fundamenten Sieben Stück haben wir noch Äh Was ist? Hat einer durch die Barakade gerade durchgelaufen Also wenn du mal zu dem Tor gucken kommst Da ist einer in der Basis drin Ja, ich höre es gerade Ja, ich höre es gerade Hier, wo geht das? Nein! Dickerchen, lass es Gut Passt schon Passt schon Passt schon ist gut Der Bronto ist gerade auf die Barrikaden gelaufen Hey Jetzt habe ich ihn jetzt schon wieder ein Chat aktiv Ach, ich kriege zu viel mehr Chat ausblenden aktiviert Ja, dabei ist der Scheiß Raptoren dort Ich habe den Schuss Ja, ich habe ihn jetzt schon wieder drauf gedrückt Ja, ich habe ihn jetzt schon wieder drauf gedrückt Sind die Raptor noch hier? Nein, sind tot. Hast du den Bronto-Sattel gebaut? Nein, noch nicht. Ich gehöre mich jetzt erst mal um. Anderem Schutz. Das da hin. Das kommt auch mit. Das da hin. Das da hin. Das für Drittel hab ich. Siebenfünfzig, ich kann das noch nicht. Das Beste. So, genau. Das muss ich kurz. Bist. Bist. Abbeheb. Bist. 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 So, machen wir ein Steinchen. So, machen wir ein. Das war's für heute. Was, hast du gerade einen getötet? Ehm, einen Fischvogel. Ah klar. Oh, der Stein fällt mir. So. Der Pendradon ist aufgestiegen, wunderbar. So, das letzte Steinchen. Da stehen die Fundamente schonmal. Hätte ich früher dran denken sollen, ey. So. Brauchen wir es bei jedem, der Stein. Am besten so eine automatische Schießanlage da noch reingeholt, wenn... Wunderwünschte, Gäste kommen, zack, 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 zack. Direkt rein mit. So. Schön. So eine kleine Hütte und noch mehr Wölfe. Ah, ich kann hier nicht bleiben. Zu kalt. So. So eine kleine Hütte und noch mehr Wölfe. So. 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 mal heller werden kann ich hier nichts haben wir 6 730 ja draußen ist schon hell nur auf der falschen seite von dem berg ich komme fast keine loot strahlen ihr wollt nicht so viel geld für spiele ausgibt weil sie zu teuer sind dann checkt man meinen partner ab in stem gaming die gleiche spiele für faire preise link unten in der beschreibung ich weiß gar nicht ob ich sie auch auf dir gett habe ja komm tun sie ja 16 fische habe ich gekriegt wenn ich freue mich gleich die ganze die ganze basis vermittelt hat jetzt ich wieder betäubungspfälle herstellen wir haben wieder ein bisschen ja 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 Das war's. das ist eigentlich auch xp oder eine produktion ja das ist ja das gucke so faser können wir noch gebrauchen strom brauchen ja steine habe ich gerade gesagt Was haben wir denn da? Was für Clary da? Die Racken, die reichen nicht. Ja. Ist das nicht das da? Vielleicht geht er auf der anderen Seite, ist aber gut. Jo. Das läuft der eine da, das war dann. Wow. Schlecht. So. Oh Gott, das musste jetzt aber auch reichen. So. Ah, halt. Oh Gott. Neue IP. Abrufsgericht. Die Frage nicht, die Frage. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. So. Dicht. Was ist ein Alkohol das mit da? So. Oh. Oh. den Fallzahmですね. Haha. Hey, Mama, das Ends-U-BD! Hahaha. Oh. So. 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 Weiblicher Triceratops, Level 2. Unseiss männlich, 26. Hm. 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 So. Jetzt ist Hektar wenigstens neben mir dran. Zabavaha Protoss. So. Wie man Dino steht gerade Blitzmerker. Okay. Gibt mir schon wieder kalt. So. Wie darf das alles... Alles dicht. Ach, bis auf hier. Haha. Ja. Gut. Ah, darf die auch dicht sein. Wie viel braucht der Stritzerat-Trips-Anschuss von Betäubungspfeile? So, einige. Ah. Glaub ich mit 7 Woldet hin, hm? Das gibt im Mitteln. Glaube ich zwar nicht. Aber ich glaube auch, wenn du mit dem auf Betäubungspfeile schießt und deine Viecher in der Nähe sind oder unsere, dass die dann automatisch auf Agro gehen. So, was haben wir noch drin? Oh. Jetzt ist es mal klar raus. So. Also. Zack. Eins, zwei, drei. Pfeilchen her.